Gutes tun tut gut und ich arbeite hier als ehrenamtlicher Besucherscout und darf das hierbei erleben. Besonders gefällt mir die Flugshow. Ich stehe am Anfang den Besuchern für Fragen zur Verfügung und sorge für eine ruhige Atmosphäre, denn wenn die Vögel auf der Bühne erscheinen, ist es wichtig, dass sie keine Ablenkung haben. Und gut ist es, dass ich zum Schluss noch ein Dankeschön von den Besuchern und von den Falknern bekomme. Gutes tun tut gut! Gutes tun tut gut!